Hallo, liebe Sturm der Liebe-Fans. Stay! Nur zur Erinnerung, ich habe die Rolle Anhilte gespielt. Sie ist eine Prinzessin und sie war verliebt in Alphonse Sonnenbichler. Und meine Kollegin, sie hat auch ab und zu, nicht so oft natürlich, nur ein paar Mal, habt ihr, oder? Also, wie war dein Name? Mein Name war Michthild. Michthild? Ah ja, das stimmt. Ich war ein weiblicher Gorilla. Genau. Und wer war dein Partner? Mein Partner war ein kleiner Teddybär. Ja, ja, das war schön. Nein, ihr Lieben. Also, wir hoffen, dass es euch gut geht und wir haben uns über Sturm der Liebe kennengelernt. Genau. Was wunderbar ist und wir hoffen, dass die Geschichten immer noch spannend sind, obwohl wir zwei jetzt ja nicht mehr dabei sind. Und dass ihr immer noch gut unterhalten werdet und ihr viel, viel Spaß damit habt. Und dass es gut ausgeht. Alles Liebe. Tschüss. Stay! Stay!